yo leute herzlich willkommen zur zweiten folge von unserem projekt keine ahnung wie das heißt skyblock und ja heute wieder mit dabei morgan so m wir wollten ja ich wollte mal da war mein alter wenn ich das jetzt mein gott da du darfst du schauen hatte dann soll ich nicht machen nicht bevor du es falsch machst du weißt es geht oder ist es nicht warte mal kurz wir müssen mal kurz nein ich weiß wie das geht du musst du musst das wasser hier reinsetzen und die labe da reinsetzen ich weiß aber wir müssen jetzt erst die laba setzen immer rüber mein erstes wasser oder doch erst das wasser sonst machst du es zu obsidieren ja aber kann ich wollte bis jetzt mal kurz die lava ich muss nämlich wasser mit den eimer holen ja ganz genau da baut man das auf wasser rein und jetzt brauchst du stopp 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 bevor du den block auf was bohrst den da ab weil guck du musst ja immer hier ich dann da so einstellen der walter 4 karten normaler aus keine ahnung das ist manchmal buggy passt man kann ja im shop eisen kaufen oder kann sein gewachsen ja echt nice erster baum leute ich brauche hier mal also ich glaube man kann krieg ich mal kurz die axt wieder oder ne warte ich habe eine waren wir hier noch zuckerrohr an ja ich glaube man kann im shop was kaufen also das ist ja klar aber das ist ja das ist es ist an trinja er braucht ein sand mit zwei so ok hoffentlich wächst das jetzt auch bald mal ja zu groß gut ja hinterher machen wir auch noch ein extra fällt ich würde sagen den baum bauen wir hier direkt ab damit die anderen was erwachsen können ja mache ich mal eben ich brauche direkt die blätter ab vielleicht krieg ich auch einen apfel raus alter was mache ich hier so verloren haben wir auch noch what the fuck wo soll das alles hin und denk dran ne immer die saplings auf sammeln von den bäumen sonst war es das mit uns aufmachen wir machen dann irgendwie so hab mir noch eine zeit lang ich bin so schlau ich habe es mit der axt abgebaut und ich habe zwei saplings noch dann setze ich den hier neu wenn sich dann setze ich jetzt mal nachdem wir die zwei haben dass ich das hier noch ein ich setze wieder hier ein und hier setze ich noch ein und irgendwann lassen wir immer so 1 2 1 frei dazwischen machen so eine riesenreihe weiß ich wir brauchen jetzt echt mal essen oder kann wenn ich runter springe ohne sachen und dann wiederkomme habe ich dann wieder voll hunger keine ahnung glaube schon wenn ich mal ausprobieren er macht wird auch seine älse nicht mehr betreten du bist tot bin im wasser und ich bin runter gefallen ich glaube ich lasse den shader einfach ganz draußen ey guck mal ich mach jetzt einen coolen stunt danach musst du halt wieder slash is machen dann kommst du zu mir vor allem is alter slash is boom wie immer muss ich meinen shader nachts raus machen ich glaube ich mach das ganze einfach ohne shader demnächst alter wir haben ja noch über ein stack holz dann lassen wir die insel noch vergrößern oder das war noch so eine inselbombe mit dann an wir können ja eigentlich auch hier mit anpflanzen bei der baumform ich fahren wenig cobblestone ok ja aber ich erstmal noch das wieder so ein bisschen schön damit das hier aus lossehen soll hey ich habe kies bekommen aus der kabel zirn fahren als ob doch oder hast du wirklich dahinter als ob ich habe sand bekommen hello ich glaube das ist eine farm für alles also wenn man da eisen kriegt ja in der ist stimmt das hatte ich schon auf dem server du kannst auch eisen aus so einer farm kriegen und ich einen freund namens elias wir haben dann einfach so ich glaube fünf farms gehabt haben da die ausgefahren so weil anders kommst du an die ja nicht ran quats ich baue das war hier überall so ein bisschen spüren quats noch mal quats ah weißt du was wir machen könnten so schau mal so damit dass da oben nicht reinfliegen kann guck so das ist ne ja von du mal bisschen koppeln fahr mal einfach die spitzhacker kaputt und macht danach neu irgendwie will der blöde baum hier nicht weg gehen ich habe das lassen jetzt muss ich krieg abläuft das was ich bekomme also wenn man da die auskriegt kriegt man auch auf einem anderen server hat man das richtig oft bekommen wo ich hab ein oak sapling scheiß baum geht nicht weg sand was ich hab sand so wir haben stack cobblestone ok ich mach mal eben zwei aber brauchst du ne spitzhacke ich hab eine ich mach trotzdem mal zwei neue ach alter komm weg wie kann man in den shop reingehen flash barbshop oder so ja ich bin admin shop warum bist du jetzt auch rausgeheirer eigentlich mal was es hier so gibt ähm doch ich wollte da mal zwischendurch ich will verkaufen nicht verkaufen ich will eigenen shop erstellen anleitung ach slash sell muss man machen ich gehe wieder auf die insel ja slash sell jetzt öffnet sich so eine kiste oder so weiter cobblestone kaktus anzahl ok was wollen wir verkaufen cobblestone wir können ja ich verkaufe mir cobblestone einfach ok ja ne ich verkaufe lieber das holz nicht oder ne ne auf keinen fall ist es wert ich hab ja ich hab jetzt aber kriegt pro cobblestone 1 euro wir haben jetzt 32 euro ich hab 32 cobblestone wir sind richtig reich alter gib mir mal die spitzhacke bitte hast du die du noch gekauft hast ja und ich gehe noch mal eben flash buy immer ein bisschen arbeiten warte ich hab gold gekriegt ich hab schluss geschrieben war es einfach mal ab das gold das kaum mehr als so nicht ich will den Apfel ok warte 32 euro dann hätten wir kam es doch nicht holz könnten wir weiter man brauchen 16 stück mehr kostet einfach 100 euro also doch sand das obsidian kostet 500 euro für wir brauchen auch hier noch 500 euro und später mal einen charter zu kaufen wie viel obsidian einer Prozent nein fünf stück kaufe rohstoffe für 800 kriegen wir 264 diamanten mehr ein stück ein stück von dir es braucht ein dirkunde 800 euro wohl 150 kosten drei stück eisen ja wir müssen rohstoffe verkaufen die blöden ich hab 24 geld 24 geld ok er ich verkauf quarts es hier noch quarts flash welches level bist du denn quarts man kann kein quarts verkaufen ah nein ach alter hä ich glaube man kann bloß das verkaufen was dort steht oder ja kappelsorn und kaktus oder was keine ahnung hä ist so viel was haben wir den kaktus hier lass den verkaufen nein was wollte er uns ja damit können wir richtig viel money machen er kann man nichts verkaufen slash nee alter ich glaube das nicht man muss das verkaufen können wap shop eigenen shop erstellen preis anzahl id doch ist die 33 koppelsturm verkaufen oh warte meins nein ja mach aber warte stopp lass besser einen verkaufen da ich schon 32 habe weil sonst können wir das nicht ausgeben weisse wenn du 32 hast ja wenn ich meine wenn du jetzt was verkaufst und ich was verkaufe haben die beide getrenntes geld weisse dann gib mir mal das kabel zum verkauf ist dann können wir uns bald schon rohstoffe ich hab auch ja ok slash karpels 31 so ja wir haben 65 euro hast du auch schon eisen gehabt ähm kommen eigentlich fast nur eisen und äh ne gold raus ich möchte das noch mal preis anzahl id einmal hab ich es auch gekauft ja ok wir müssen die ich weiß es jetzt warte mal ich ich schreibe dir mal was slash msg rabtus pvp preis anzahl id beischrichtig so jetzt kann ich gleich gucken slash is ok wir brauchen preis anzahl ok ähm was wollen wir verkau also wir wollen was verkaufen für geld wollen wir zwölf fichten holz mal richtig teuer verkaufen ich höre wie viel machen wir mal preis slash verkauf mal für tausend kauft keiner aber warte mal f3 und h war das oder mit was mit was konnte ich die id von holz sehen f3 und b nee f3 und f3 und a 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 25 500 slash 50 hey wie mach ich das eurozeichen hier eigentlich auf der tastatur bei e ist das eurozeichen bei e achso achso mit der kombination alt und e ja ja ich hab's grad getestet schon hab ich mir schon gedacht anzahl 12 die 0 0 0 5 ich hab schon wieder lab das alter das geht nicht man kann das nichts verkaufen wir können nur kabel als ob ich nur das verkaufen können ja dann müssen wir kabel zu fahren das eisen ist verbrannt können wir noch irgendwie an ein lava bucket kommen und junge wie solche genius guck mal du kannst hier noch ein wasser ran machen da hat man doppelte farm wir haben ja ja da können wir gleichzeitig fahren ich finde das ist viel effektiver da können wir ja vier kappels koppelsforms farmen machen weil wir haben eine lava und an jede seite ein wir können ja nicht viel stück gleichzeitig fahren ist ja auch nötig ja aber kann man mal machen wir haben kein kabelsturm mehr ich brauche kabelsturm ich habe hier slabs hat die brauche ich zum bauen und dann können wir noch die irgendwie machen da womit du den grund gebaut hast damit schön heute aussieht irgendwie gar nicht schön aus die kabelsturm fahrrad hat sie mal ähm er leckt es gerade wenig da darf das denn leck ich bei dir nee läuft ich lecke warte mal ich muss ja eben nachschauen stein beenden quit discord exit beenden so ist wieder vorbei oh oh gott ja die folge ist auch zu ende kommt das hin ach so ja wenn es euch gefallen hat das ist ein like da und schaut bei marvel vorbei schaut doch bei das sind vorbei haut rein bis zum nächsten mal und tschüss ciao